Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. So, heute geht es um das Schlüsselwort NoExcept. NoExcept wurde eingeführt, um, ja, tatsächlich Funktionen throw sicher zu machen. Das heißt, heute geht es um Exceptions. Und ja, wir wollen uns das mal ganz kurz angucken, wenn wir hier eine Void throw haben, oder throws einfach, äh, throws ist ein Schlüsselwort, das darf ich nicht verwenden, ähm, die kann natürlich jederzeit irgendwelche Exceptions throwen, ja. Da kann immer mal wieder was schief gehen, zum Beispiel, ich versuche eine Datei zu öffnen, und die ist nicht da, dann geht das zur Laufzeit schief, weil natürlich zur Compile-Zeit nicht sichergestellt werden kann, ob diese, ähm, Datei auch wirklich an diesem Ort ist. Das geht einfach nicht zur Compile-Zeit, weil, ja, Dateien können sich ändern und je nachdem, wann ich mein Programm compile, sind natürlich am Ende andere Dateien da, ähm, aber auf der anderen Seite ist das natürlich doof. Ähm, und zum Beispiel könnte es absolut kritisch sein, dass ein Programm, ähm, einige Funktionen absolut sicherstellt, zum Beispiel, wenn es irgendwie, ja, mal ganz extrem gesagt, nehmen wir einfach mal an, wir haben irgendwelche atomaren Funktionen, ja, also irgendwas, was wirklich, ähm, mit Kernreaktionen und irgendwie Atomkraftwerk oder sowas zu tun hat, und, ähm, da geht dann irgendwas schief, ja, dann müssen wir natürlich irgendwie hier aufpassen. So, dann, dann müssen wir vielleicht auch wirklich mal sicherstellen, okay, da darf nichts schief gehen, das heißt, es gibt ein neues Schlüsselwort, was einem eigentlich nur das Leben vereinfacht, das war davor schon alles möglich, aber trotzdem, es ist cool zu kennen. Und das ist no, ähm, noExcept. noFroze ist die Methode, noExcept ist das Schlüsselwort. Was hier im Endeffekt passiert, ist folgendes, ähm, noExcept ruft Instant Terminate auf, das heißt, wenn hier was schief geht, dann wird die Funktion Terminate aus STD aufgerufen, also STD, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Terminate, was das Programm natürlich einfach terminiert. Das sieht dann folgendermaßen aus, lasst mich das ganz kurz implementieren hier, und zwar sagen wir, void, noThrows, noThrows, hey, hey, noThrows, ähm, noExcept, und, äh, ja, die sieht folgendermaßen aus, wir throwen einfach true hier um uns rum. So, ähm, und das führt natürlich dazu, dass, äh, ja, wir einen Fehler bekommen, und zwar natürlich Instant, ähm, und ja, wir machen jetzt, wir machen einfach mal hier ein noThrows, noThrows, und schauen wir mal, was passiert. So, und da bekommen wir natürlich sofort hier den Terminate Call, after throwing an Instance of Boole, und ja, ich sollte eigentlich kein Boole werfen, C-LangTidy sagt mir hier, ich sollte eigentlich nur irgendwas werfen, was von STD Exception erbt, aber ich kann das auch durchaus machen, indem ich ein Boole werfe, das hat nur was mit, äh, schönem Code zu tun, sozusagen, man kann auch true werfen, wobei es nicht unbedingt so ratsam ist. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, ähm, kann man das noch irgendwie anders verwenden? Die Antwort ist natürlich ja, sonst hätte ich dazu kein eigenes Video gemacht, sondern hätte es mal kurz am Rande erwähnt, ähm, denn ich kann auch mit, äh, noExcept dafür sorgen, ähm, oder damit überprüfen, ob eine Exception geworfen wurde, sozusagen. Und das bedeutet, ich kann hier sowas machen wie Exception-Driven-Development und kann sagen, noExcept, ähm, und zwar von Throws. Das heißt, ich kann quasi überprüfen, wirft die Funktion Throws eine Exception, falls ja, ähm, beziehungsweise wirft sie keine Exception, also noExcept sagt ja, noException, wirft sie keine Exception, falls ja, see out, ähm, noException, endline, und falls sie eine Exception wirft, also falls sie nicht keine Exception wirft, ja, das ist ein bisschen umgedreht, im Kopf müsst ihr da ein bisschen umdenken, aber ich glaube, das kriegt ihr hin, ähm, wir, dann gehen wir hier einfach rein und sagen, jo, das Ding hat eine Exception geworfen. So, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas absolut Neues und Granioses, also ich meine, klar, dass hier eine Exception rauskommt, ist ja logisch, aber, ähm, ich kann so tatsächlich ganz normal überprüfen, wirft jetzt ein Teil von meinem Code eine Exception oder nicht. Davor musste ich das immer mit einem Try and Catch machen, und wenn ich mir aber einfach nur überprüfen wollte, ob jetzt da eine Exception gekommen ist oder nicht, dann kann ich hier einfach quasi überprüfen, ja, da ist eine Exception geworfen worden, also hat der Call quasi nicht funktioniert, das kann ja natürlich mal passieren. So, und das ist auch absolut nicht schlimm, wenn ich zum Beispiel eine Exception bekomme, wie gesagt, wenn ich eine Datei suche, dann kann ich einfach dem User sagen, diese Datei wurde nicht gefunden, so, das kann ganz normal funktionieren, aber wenn ich das mit einem Try and Catch machen muss, dann ist das schon ein bisschen aufwendiger und, ähm, vielleicht auch nicht ganz so intuitiv, wie wenn ich das einfach mit einem If einbauen kann. So, und ja, natürlich, das kann ich auch wunderbar in irgendwelche Klassenstrukturen einbauen und so weiter und so fort, ähm, und dadurch haben wir eigentlich relativ viele schön flexible Möglichkeiten, was natürlich auch so sein soll. Gut, das war's schon wieder von meiner Seite, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, was cool ist, und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.